Ich bin Joan Rayo Fernández. Ich komme aus Badalona, in der Nähe von Barcelona. Ich bin Trainer im VfL Stade Basketball. Es ist sehr gut, dass man in Green ein bisschen mehr verlassen kann. Mein Deutsch ist nicht so gut, aber ich denke, in den letzten Monaten habe ich viel mehr Deutsch gesprochen. Normalerweise ist es nicht einfach, weil in meinem Basketballteam es normal auf Englisch sprechen. Deutsch ist sehr schwierig. Das Akkusativ, Dativ, Genitiv ist eine Katastrophe. Es ist sehr, sehr schwierig. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jeden Tag ein bisschen besser spreche. Und ich hoffe, in den nächsten Monaten werde ich wieder besser Deutsch sprechen. Wir haben nur fünf Spiele gespielt und es war eine nicht einfache Saison für alles. Ich denke, das Verein war super, weil wir waren hier die ganze Saison, das ganze Jahr. Und sie haben uns alle die Saison bezahlt. Das war super, super toll. Ich denke, nicht zu viele Mannschaften in Deutschland und in Europa haben das gemacht. Und das war super, super nett. Aber am Ende der Saison musste ich etwas anderes machen als unsere Pre-Season. So, diesen letzten Sommer habe ich bei Burfein gearbeitet. Das war sehr toll, weil es war ein komplett anderes Job für mich. Normalerweise muss ich zu allen Spielern sagen, du musst das machen, du musst das machen. Und das war sehr interessant, weil wir waren auch ein Team und wir mussten nicht ein Basketballspiel gewinnen, sondern einen guten Job in einem Garten machen oder so. Und das war eine sehr gute Erfahrung für mich. Ich werde nicht alle diese Sachen... Fuck! Kannst du da gehen? Ich spreche? Es ist nicht möglich, dass du da mit dir da machen? Motherfucker! Wenn du hier kommst, wirst du nicht in den nächsten fünf Spielen spielen. Was ist möglich?